So, heute zu Gast Alexander Junge bei Aral im Vorstand und zwar zuständig für das Thema Elektromobilität im weitesten Sinne. Schön, dass du da bei uns bist. Alexander, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch dabei sein zu können. Wir haben ja jetzt schon so ein paar Hürden hinter uns gebracht. Das hier ist schon der zweite Versuch und auch da muss man so ein bisschen die Technik erstmal in den Griff bekommen. Wir sind sehr froh, dass du so viel Geduld mit uns hast, um das hier aufzuzeichnen, denn mit jemandem in dieser Rolle in der Position und in einem großen Mineralölkonzern haben wir nicht alle Tage zu Gast. Wir hatten ja mal den Tankstellenchef von Shell hier zu Gast und einen Kollegen, der irgendwie für, was hat er nochmal gemacht? E-Fuels-Thema hat er gemacht, glaube ich. Das war auch sehr interessant und was wir gelernt haben ist, dass die Mineralölkonzerne durchaus viel bewirken können, wenn sie denn wollen und oder müssen. Und genau deshalb, glaube ich, bist du auch auf der Position, auf der du jetzt bist. Aber du bist ja nicht erst seit gestern bei Aral, sondern du arbeitest schon eine ganze Weile dort, richtig? Ja, das ist richtig. Ich bin insgesamt seit 24 Jahren in der Branche, davon die letzten zehn Jahre im BP-Konzern, zu der die Aral AG ja gehört. Und ich habe zunächst 20 Jahre Öl- und Erdgasgeschäft gemacht, bevor ich mich dann vor vier Jahren weiterentwickelt habe und in Richtung E-Mobilität gegangen bin. Und mittlerweile leite ich das Elektroautoladegeschäft von Aral in Deutschland und von BP in ein paar angrenzenden europäischen Ländern. Das ist sehr interessant. Wie bist du dazu gekommen? Hat sich das irgendwie so zufällig entwickelt oder hast du das bewusst angestrebt? Das habe ich ganz bewusst angestrebt, weil ich ab einem gewissen Zeitpunkt, ungefähr Mitte des letzten Jahrzehnts, verstanden habe, dass darin die Zukunft liegen wird. Und das hat mich sehr gefreut, in dieses Zukunftsgeschäft tatsächlich einsteigen zu können im Jahr 2018. Sehr cool. Was viele nicht wissen, die Aral gibt es schon sehr lange. Wenn ich das nicht falsch recherchiert habe, seit 1898 mit Sitz in Bochum. Und ihr seid mit ungefähr 2400 Tankstellen tatsächlich der größte Tankstellenbetreiber in Deutschland. Und euer Ladenetz, da kommen wir nachher zu, lässt auch wenig Wünsche offen. Da freuen wir uns natürlich als E-MobilistInnen sehr darüber, dass das so ist. Und in der Vorbereitung für diese Sendung habe ich eine Sache gelernt, nämlich woher der Name Aral kommt. Und so, ich lerne es ja gerne mit Stammtischwissen. Und ich weiß nicht, wie viele von euch HörerInnen das wissen. Ich wusste es nicht und habe herausgefunden, Aral setzt sich zusammen aus zwei Worten. Und das kommt folgendermaßen zustande. Ich lese das ab, damit ich keinen Mist erzähle. 1924 hat Aral den ersten Superkraftstoff der Welt entwickelt. Entwickelt. Zusammengesetzt aus, jetzt kommt's, Aromaten und Alifaten. Aromate, Ar und Alifate, Al, das ist das Ar-Al. Und Aromate, das musste ich natürlich auch nachgucken, weil ich kein Chemiker bin. Aromate sind zyklische Kohlenwasserstoffe. Und Alifate sind alle Kohlenwasserstoffe, die nicht aromatisch sind. Also quasi das komplementäre Dings dazu. Ist das richtig? Das ist richtig. Absolut richtig erklärt. Ich habe da nichts hinzuzufügen. Ja, sehr schön. Das kann ich mir auf jeden Fall für heute ein To-Do von der Liste streichen. Einmal was richtig erklären heute. Auf jeden Fall geschafft. Es ist schon relativ spät, viertel vor acht abends. Aber das ist, glaube ich, das Erste, was ich heute richtig erklärt habe. Das ist schon mal sehr gut. Wenn du für dich schon die Veränderung erkannt hast und um dich weiterzuentwickeln, fährst du dann mittlerweile auch elektrisch? Ich fahre mittlerweile auch elektrisch, ja. Okay. Darf ich fragen, was für ein Fahrzeug? Ja, ich fahre verschiedene Elektrofahrzeuge. Das ist mir auch wichtig, immer wieder verschiedene auszuprobieren. Wir haben zum Beispiel bei uns im Fahrzeugpool einen ID.3, Tesla Model 3. Mit denen bin ich regelmäßig unterwegs. Machen beide auf ihre Art sehr viel Spaß. Tesla Model 3 natürlich eher gebaut, um sportlich zu sein. ID.3 ist eher so ein gemütlicher Stadtflitzer, aber auf ihre Art ganz toll. Und was ich bei allen Elektroautos sehr genieße, das ist das lautlose Gleiten. Das ist doch etwas ganz anderes als so ein Verbrennungsmotor. Ich höre jetzt den Sound aus dem Lautsprecher und nicht mehr den Sound des Motors. Was mich interessieren würde, wie ist das denn so bei den Kolleginnen und Kollegen in der Branche, wenn man da vielleicht auch schon vor fünf Jahren oder so elektrisch um die Ecke kam zum Vorstandsgespräch? Ist man dann so der Exot oder ist da eine Zeitenwende zu spüren? Wie ist das da so? Vor fünf Jahren wäre man auf jeden Fall ein Exot gewesen in der Branche. Jetzt ist es so, dass viele und auch viele ranghohe Führungskräfte Elektroauto fahren. Zum Beispiel unsere Personaldirektorin bei Aral in Bochum fährt ein Elektroauto. Ich kenne mehrere Führungskräfte aus dem Mutterkonzern BP in London, die ein Elektroauto fahren. Es ist mehr und mehr verbreitet und man ist im Gegensatz zu fünf Jahren heute kein Exot mehr. Was mich mal interessieren würde, du hattest jetzt zwischendrin von Aral und BP gesprochen. Kannst du das mal aufschlüsseln, weil BP ist ja außerhalb von Deutschland Aral und was BP woanders ist, ist bei uns in Deutschland Aral. Was ist denn was genau und wo ist der Unterschied? Oder ist das nur eine Namensgeschichte? Nein, das ist keine Namensgeschichte. Aral, wie der Philipp eben erklärt hat, ist ein traditionsreiches deutsches Unternehmen aus dem Mineralölsektor und gerade dabei, sich weiterzuentwickeln zu einem integrierten Energieunternehmen, was eben auch Elektroautoladung anbietet, Wasserstoff etc. Und Aral wurde 2002 von BP gekauft, ist seither eine 100% Tochter der BP und von daher sprach ich vorhin von BP als unserem Mutterkonzern. Macht Sinn. Jetzt bist du für Aral Pals verantwortlich, maßgeblich und damit für den Ausbau von Ladeinfrastruktur vornehmlich und vielleicht weiteren Dingen, die in Zukunft da mal noch mit zu tun haben und dazukommen werden. Interessant ist jetzt natürlich die Frage, die sich viele stellen, wenn sie hören, okay, da kommt jemand von Aral zum Clean Electric Podcast, das war auch damals so, da kommt jemand von Shell zum Clean Electric Podcast, haben Leute natürlich Vorbehalte. Die Frage, die Leute sich stellen ist, machen die das, weil man das jetzt machen sollte, damit das gut aussieht, machen die das, weil die das aus irgendwelchen Gründen müssen oder haben die auch eine gewisse intrinsische Motivation, das zu tun? Also du hast es gerade selber gesagt, du selbst hast da die intrinsische Motivation, das zu tun und das zu verändern. Wie sieht das denn über die Firma hinweg so aus? Habt ihr da ein stabiles Standing und ist das total klar, wo es hingeht oder müsst ihr viel diskutieren über was jetzt gerade passiert? Also unser Standing in der Firma ist ausgesprochen gut. Wir sind diejenigen, die die Zukunft des Unternehmens mitgestalten und von daher haben wir auch, wenn wir Stellen ausschreiben, sowohl intern als auch extern, in aller Regel sehr, sehr viele interne Bewerbungen aus anderen Konzernteilen. Viele haben Interesse bei uns mitzuarbeiten und die Zukunft mitzugestalten. Und natürlich ist auch das klassische Geschäft, so wie ich es mal nenne, weiterhin ein wichtiges Geschäft. Wir brauchen den Cashflow aus dem angestammten Geschäft, um die Transformation des Unternehmens und den Aufbau der neuen Geschäftsfelder zu finanzieren. Aber es ist ganz klar, wo die Reise hingeht. Wir wollen bis 2050 emissionsfrei arbeiten. Das heißt, auch inklusive der Emissionen, die entstehen, wenn Kunden unsere Produkte einsetzen. Oder bei einem Ölkonzern bisheriger Prägung würde das bedeuten, wenn Kunden unsere Produkte verbrennen. Und so viel Carbon Offsetting kann man gar nicht machen. Das heißt, wir werden 2050 eben kein Ölkonzern mehr sein, sondern ein integrierter Energiekonzern. Und 2050 klingt weit entfernt. Aber wir haben auch ambitionierte Zwischenziele. Im Jahr 2030 will der BP-Konzern weltweit, inklusive der Aral in Deutschland, 30 bis 40 Prozent weniger Öl- und Gas fördern als im letzten Vor-Corona-Jahr 2019. Und das ist eine kleine Revolution für einen bisherigen Ölkonzern. Und ein ganz klarer Konzernumbau weg vom internationalen Ölkonzern hin zum integrierten Energiekonzern ist die Folge davon. Also, wenn jemand im Hinterkopf hat, der skeptisch denkt, so wie ihr es eben beschrieben habt, dass wir hier vielleicht nur Greenwashing machen wollen, kann ich nur sagen, das ist nicht der Fall. Wir sind im ernsthaften Konzernumbau. 30 bis 40 Prozent weniger Öl- und Gasförderung in 2030. Und auch Ersetzen der Erträge, die daraus kamen durch Erträge aus neuen CO2-freien Geschäftsfeldern, ist ein ernsthafter Wandel des Konzerns. Wie verhält das sich denn mit den Investitionen? Also, ich meine, das, was du sagst, ist richtig. Das stammt natürlich aus, ich sage mal, aus einer ökonomischen Logik heraus. Ihr müsst euch wandern, um ökonomisch weiter bestehen zu können. Und natürlich braucht ihr die Erlöse aus dem aktuellen Geschäft, um investieren zu können. Aber ich glaube, das, was am meisten sozusagen interessiert, ist, wie viel investiert man noch in das alte und wie viel in das neue? Ist das gleich oder seid ihr schon beim neuen mehr? Also in Richtung, was es da alles gibt, verschiedene synthetische Fuels oder E-Mobilität, erneuerbare Energien. Ist das alles, worein ihr aktuell noch investiert oder habt ihr noch signifikante in Fossile? Also wir investieren derzeit weltweit ungefähr 5 Milliarden Dollar jährlich in CO2-freie Geschäftsfelder. Zum Beispiel Elektroautoladung, Windkraftproduktion, Solarstromproduktion, Wasserstoffgeschäft. Und wir investieren auch weiterhin in fossile Energien allein schon, um dieses Geschäft noch eine gewisse Weile fortführen zu können. Wie gesagt, wir wollen in 2030 noch nicht bei null fossilen Energien sein, sondern bei 30 bis 40 Prozent weniger Förderung von Öl und Gas als im Jahr 2019. Wir brauchen weiterhin für eine gewisse Weile auf jeden Fall den Cashflow aus dem alten Geschäft und investieren logischerweise, um dieses Geschäft auch weiterhin sicher betreiben zu können und keine Umweltrisiken oder Risiken für Menschen einzugehen. Also ich komme ja aus dem Flottenbereich, also ich betreibe bei meinem Arbeitgeber eine 700-fahrzeugstarke Technikerflotte in ganz Deutschland und ich sehe zum Beispiel in unserem Bereich noch gar nicht die Verfügbarkeit von Fahrzeugen. Das heißt von den Leicht-LKWs bis zu den mittleren LKWs selber, da wird es noch lange den Verbrennungsmotor geben. Deswegen kann ich da auch verstehen, dass da, ich sage mal, noch am Fossilen festgehalten wird. Gleichzeitig natürlich auch versucht wird, eine Alternative zu schaffen, die diesen Motor wahrscheinlich noch eine Weile lang weiter betreiben wird. Interessant ist jetzt natürlich, du sagtest, Energiegeschäft. Das heißt, ihr erzeugt erneuerbare Energien, macht ihr dann auch was in Richtung Speicherung? Also seid ihr dann nur Energieversorger oder geht ihr auch in Richtung Batterietechnik, zum Beispiel auch für eure Ladeinfrastruktur, für, ich sage mal, Netzstabilisation? Batterietechnik, Speichertechnik, geht ihr da auch mit rein? Also zählt das auch mit zu euren Investitionsfeldern? Also wir haben in einige Start-ups investiert, zum Beispiel Storedot aus Israel, die neuartige Batterien entwickeln, die schneller zu laden sind. Wir möchten auch insoweit mit dabei sein, wenn Zukunft gestaltet wird. Aber unser Kerngeschäft wird sicherlich weiterhin bleiben, Produkte und Dienstleistungen rund um die Mobilität anzubieten und nicht unbedingt zum Batteriebauer zu werden. Okay, also dann wahrscheinlich auch, um eure Infrastruktur zu stützen, so nenn ich es mal. Weil es geht ja nicht nur darum, Ladesäulen aufzubauen, sondern es geht ja auch darum, den Strom dafür zu schaffen, beziehungsweise da, wo der Netzausbau vielleicht nicht so stattfindet, zu profond. Das Storedot wäre da ja auf jeden Fall eine Variante. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Zum einen wird viel in den Netzausbau investiert in Deutschland, um die Netze fit zu machen für die Elektromobilität. Zum anderen gibt es dann natürlich auch Möglichkeiten, Anreize zu setzen, um Elektroautos in nachfrageschwachen Zeiten zu laden. Ich denke da zum Beispiel an uhrzeitabhängige Stromtarife, wie wir sie schon mal hatten, zur Zeit der Nachtspeicheröfen. Mein Elektroauto kann ich ja auch nachts um drei laden. Ich programmiere die Wallbox vorher entsprechend, sodass es nachts um drei losgeht, wenn viele andere Stromverbraucher eben nicht aktiv sind. Das heißt, auch damit kann man die Belastung für die Netze managen und in Grenzen halten. Und dann werden wir jetzt demnächst Ladesäulen in großem Stil ausrollen mit einer Pufferbatterie, sodass wir keinen Mittelspannungsnetzanschluss brauchen und trotzdem ultraschnell Ladegeschwindigkeiten anbieten können. Jetzt sprichst du aber gerade die Ladegeschwindigkeit nochmal an. Also ultraschnell heißt ja, ich sehe im Hintergrund bei dir diese tollen Albitronic-Lader, die übrigens auch zu meinen Favoriten gehören, weil die einfach immer funktionieren und super zuverlässig sind und hohe Ladeleistung natürlich. Ich bin Marcel, ich bin ein Fan von einer Ladesäule. Ja, ich bin Fan von den Albitronics, muss man so sagen. Ich glaube, jeder ist Fan von den Albitronics. Die Frage ist, wir sehen ja hier jetzt schnell, die hauptsächlich eigentlich an Aral-Tankstellen, also sprich Kurzzeit-Aufenthaltsorte stehen. Geht ihr dann von dort aus auch weg oder bleibt ihr dort? Also geht ihr auch in die Richtung Flotten, sprich bietet ihr Flotten die Möglichkeiten an, auch Wallboxen zu Hause zu installieren und dort den Flottenbetreiber zum Beispiel auch die Möglichkeit zu geben, zu Hause zu laden? Das machen wir ja. Wir verkaufen Ladelösungen, das heißt Hardware- und Software- und Installations- und Wartungsdienstleistungen an Flottenbetreiber für den Einsatz auf ihren Betriebshöfen, Firmengeländen etc. Aber auch für den Einsatz beim Flottenfahrer zu Hause, der das Firmenfahrzeug über Nacht mit nach Hause nimmt und dort laden möchte. Super. Und wir haben im Übrigen auch für Flottenbetreiber wie dich eine Fuel-and-Charge-Card im Angebot. Wir sehen, dass die Realität der meisten Flotten in den nächsten Jahren einfach so aussehen wird, dass es gemischte Flotten sind. Warum? Entweder möchte man nicht über Nacht auf vollständig Elektromobilität umstellen oder aber man würde es sogar wollen, aber kann es gar nicht, weil man verschiedene Leasing-Verträge für verschiedene Fahrzeuge hat, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten enden. Aus welchem Grund auch immer, die Realität der meisten Flotten wird in den nächsten sieben, acht Jahren sein, gemischte Flotten zu sein. Und für die haben wir mit der Fuel-and-Charge-Card ein Angebot geschaffen, wo mit einer Karte alle Tank- und Ladevorgänge bezahlt werden können und der Flottenmanager bekommt am Monatsende eine Abrechnung für alle Tank- und Ladevorgänge und kann dann so sehr ins Detail reingehen, wie er das möchte, aber muss nicht unbedingt. Cool. Jetzt hattest du gerade das Wort Mischkalkulation gesagt, Alexander. Was mich da in dem Zusammenhang interessiert, ist natürlich, wie ihr mit euren bestehenden Verbrennertankstellen umgeht, also eure bestehenden Standorte. Rechnet ihr da auch, ich sage mal, mit Mischkalkulationen, was die Mischung aus traditionellen Lade, Quatsch, wie nennt man das, Tanksäulen und Ladesäulen angeht oder habt ihr intern sogar eine Prognose, wann ihr erste Verbrennertankstellen komplett ersetzt in eine elektrische Ladestelle sozusagen? Also wir gehen davon aus, dass die nächsten 10, 20 Jahre ein Mix verschiedener Antriebsarten und damit auch verschiedener Kraftstoffe, wenn ich Strom jetzt einfach auch mal unter den Oberbegriff Kraftstoff fassen darf, benötigt werden. Und das, was dabei ganz klar ist, ist, der Trend, der Trend sieht so aus, es wird immer mehr elektrische Fahrzeuge geben und es wird weniger Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren geben. Und innerhalb dieser Entwicklung werden wir natürlich reagieren beziehungsweise auch agieren, um der Entwicklung voranzuschreiten. und wir haben jetzt bereits angefangen, an einzelnen Tankstellen Ladesäulen an die Stelle ehemaliger Zapfsäulen zu setzen und haben jetzt zum Beispiel in Lübeck oder in Wuppertal unter dem Hauptdach, was man früher mal Tankdach genannt hätte, sowohl tanken als auch laden. Von daher habe ich es eben umbenannt in Hauptdach. Es ist kein reines Tankdach mehr. Und so etwas wird mehr und mehr passieren. Und wir werden sicherstellen, dass unser Angebot an den Tankstellen beides umfasst, tanken und laden und dann mit dem Anteil, den der Kunde nachfragt. Lässt sich das so leicht und schmerzfrei verbinden, wie du das jetzt gerade gesagt hast? Wenn da weniger getankt wird, kann halt da mehr geladen werden. In der Theorie ist das natürlich einfacher. Aber habt ihr tatsächlich da Herausforderungen, das tatsächlich auch durchzuführen? Im Sinne von, der Strom muss ja irgendwo herkommen. Oder wie du vorhin gesagt hast, wenn ihr Ladesäulen habt mit Pufferbatterie und so weiter, überbrückt ihr das dann damit? Oder was ist der Plan? Also wir können im Endeffekt, wenn wir genügend Geld in die Hand nehmen und genügend Zeit haben, überall einen Mittelspannungsanschluss hinbekommen. Manchmal ist eine Herausforderung, wie lange es dauert. Wir erleben Netzbetreiber, die sind sehr kundenfreundlich und agieren sehr schnell, wollen auch dem raschen Aufbau eines Ladesäulennetzwerks wirklich helfen. Und dementsprechend bauen die uns einen Mittelspannungsnetzanschluss in drei, vier Monaten. Und es gibt auch Netzbetreiber, bei denen haben wir es erlebt, dass es 18 Monate dauerte, bis so ein Mittelspannungsnetzanschluss kam. Und dann ist natürlich auch die Frage, wo liegt das nächste Mittelspannungsnetzkabel? Wie weit ist es von dort bis zur Tankstelle? Davon abhängig ist es nicht zuletzt, wie teuer das wird. Und von daher wird es für uns dann auch etliche Tankstellen geben, an denen wir vermutlich so schnell keinen Mittelspannungsnetzanschluss bauen und stattdessen mit Ladesäulen, mit integrierter Pufferbatterie arbeiten, was uns die Notwendigkeit für diesen Mittelspannungsnetzanschluss spart. Das ist dann einfach von der Geschwindigkeit, mit der wir unser Netz aufbauen können, her die bessere Wahl. Und es ist unter wirtschaftlichen Aspekten sinnvoller. Da interessiert mich natürlich Mittelspannungsnetz. Das ist ja so das Thema Skalierung. Ihr könnt sicherlich einen HPC da irgendwo hinsetzen, wo vorher eine Tanksäule war. Aber wie sehr kann man es skalieren? Was gibt denn so einen Mittelspannungsanschluss her? Also wir haben da bisher keine Begrenzung erfahren. Wir haben allerdings auch noch keine Mega-Sites gebaut, die beeindrucken, sozusagen ein Leuchtturm sind, aber die in den nächsten paar Jahren noch kein Mensch braucht, mit 60 ultraschnellen Ladepunkten. Sondern wir gucken auch, dass wir diesen Aufbau des Ladenetzwerks auch wirtschaftlich sinnvoll gestalten und dass wir dementsprechend die Größe unserer Ladestationen und die Zahl der dort verfügbaren Ladepunkte anpassen an den tatsächlichen Bedarf. Und wir haben bisher zum Beispiel mehrere Ladestationen gebaut mit vier Alpitronic Duo Chargern und haben den Trafo entsprechend dimensioniert und das funktioniert problemlos. Wir haben in aller Regel den Trafo auch noch ein bisschen größer dimensioniert, sodass wir zukünftige Ladesäulen hinzubauen könnten, ohne den Trafo oder den Netzanschluss erweitern zu müssen und haben da bisher die Erfahrung gemacht, dass technisch eigentlich alles ermöglicht wird. Wie gesagt, es ist nur die Frage, wie teuer es ist und wie lange es dauert. Und manchmal dauert es entschieden zu lange. Wie schaut das dann aus, wenn ihr eben nicht diesen Mittelspannungsanschluss habt, sondern den Niederspannungsanschluss und du sagtest jetzt ja schon, okay, dann machen wir die Ladesäule mit der Pufferbatterie rein. Wie schaut denn das da technisch aus? Also wie viele Ladungen könnt ihr so abpuffern mit einem Niederspannungsanschluss, dass ihr wirklich noch HPC-Ladungen reingeben könnt und wie viele dürfen hintereinander kommen, bis es dann eben nur noch so schnell reinläuft, wie der Niederspannungsanschluss liefert? Also das Gute ist hier, dass solche Ladesäulen auch fortwährend aus dem Niederspannungsanschluss gespeist werden, auch während eines Ladevorgangs. Das heißt, das ladende Auto bekommt dann seine Energie nicht nur aus der Batterie, sondern teilweise aus dem Niederspannungsanschluss und teilweise aus der Batterie. Und von daher gehen wir davon aus, dass bei den Flexpol-Säulen von Volkswagen, die wir demnächst in größerem Stil ausrollen werden, es sicherlich möglich sein wird, dass sechs bis acht Autos hintereinander laden, bevor die Batterie dann leer ist, sodass das nächste Auto nur noch mit viel geringerer Ladegeschwindigkeit laden kann. Und sechs bis acht Autos hintereinander erleben wir kaum in unserem Netz. Wir haben zurzeit eher zwei Ladevorgänge pro Ladepunkt, pro Tag. Das ist ein deutschlandweiter Schnitt. Der wird auch weiter steigen. Aber von sechs oder acht Autos pausenlos hintereinander sind wir noch weit entfernt. Sodass ich glaube, dass in den nächsten paar Jahren in der Phase des Markthochlaufs auch solche Puffer-Batteriespeicher sehr sinnvoll einzusetzen sind. Da würde mich natürlich interessieren auf den Autobahnen, wo natürlich gewünschterweise auch die Auslastung höher ist, was dann auch die Säulen wieder wirtschaftlicher macht. Da wird das ja anders sein. Da würde ich mir schon erwarten, dass da ganz schnell mal acht Autos hintereinander laden. Da werdet ihr wahrscheinlich anders rangehen als in Städten. Also was richtig ist, ist, dass die Autobahnen deutlich über dem von mir genannten bundesweiten Schnitt von zwei Ladungen pro Ladepunkt und Tag liegen. Zum Beispiel war ich jetzt gerade am Samstag bei uns am Autohof Schwarmstedt, der liegt zwischen Hamburg und Hannover an der A7. Und ich kam an und es waren schon sechs von acht Ladeplätzen belegt. Das hat mich natürlich gefreut. Zum einen, weil es ein tolles Zeichen ist für die Elektromobilität. Es sind mehr und mehr Elektroautos auf der Straße und zum anderen hat es mich natürlich auch kommerziell gefreut. Und an solche Standorte werden wir immer versuchen, einen Mittelspannungsnetzanschluss und einen Trafo zu setzen und uns nicht aufs Niederspannungsnetz zu verlassen. Aber das sind halt relativ wenige Autobahnstandorte. Der Schnitt der Standorte in Deutschland sieht so aus, dass man da wunderbar auch mit Pufferbatterien arbeiten kann. Cool. Das bringt mich zu dem Thema Throughput oder auch Durchlaufgeschwindigkeit sozusagen. Ich habe mal so ein bisschen oder wir haben mal im Vorhinein uns so ein bisschen Gedanken gemacht, diese Autobahntankstelle, von der wir jetzt sprachen, die im Sommer wahrscheinlich dann hoch ausgelastet ist. Wir kennen das alle, wollen gleichzeitig irgendwo hin oder kurz vor Weihnachten oder so. Ich war jetzt schon lange nicht mehr tanken, aber da hat man so vier bis sechs Zapfsäulen, also acht bis zwölf Schläuche gleichzeitig, oder? Und wenn man sich überlegt, wie viele Ladesäulen und damit Ladepunkte man bräuchte, um das gleich abzubilden und er gleichzeitig noch realisieren muss, dass ein Tankinhalt, also einmal tanken, mehr Reichweite generiert als einmal laden, also 800 Kilometer versus 400 zum Beispiel, dann kann man ungefähr auf Zahlen kommen von 24.000 kmh Aufladegeschwindigkeit beim Tanken versus ungefähr 1050 kmh beim Laden. Also du sagst jetzt, sorry, wenn ich unterbreche, aber das klingt komisch, 24.000 kmh laden, du meinst den Strom für 24.000 km in einer Stunde laden. Sprit in dem Fall. Sprit. Oder Sprit in dem Fall. Genau, sorry. Aber das ist, was du meinst. Nicht der Sprit fließt mit 24.000 kmh, nur dass dann niemand auf komische Ideen kommt. Also das ist das, was ich mir als erstes vorstelle, wenn jemand Kmh sagt, Geschwindigkeit. Also 24 mal schneller tanken als laden war das so ungefähr der Schnitt, den du errechnet hattest. Genau. Und der Punkt, den man nicht damit machen will, ist, man bräuchte ca. 70 HPC-Ladepunkte, um so eine typische Autobahntankstelle abzubilden. Ist sowas überhaupt machbar? Also rein vom Platz her und auch vom technischen? Also zunächst mal muss ich zu den Zahlen sagen, dass ich die ein bisschen anders sehe. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, der Ladekunde profitiert auch vom Zahlen an der Ladesäule beziehungsweise per App. Der muss nicht in Tankstellen-Shop reingehen, um zu zahlen, wie es der Tankkunde machen muss. Und 24.000 km in einer Stunde heißt ja, dass ich 800 km Reichweite tanke in zwei Minuten. Selbst wenn das tatsächlich in zwei Minuten gelingt, mit Gang in den Tankstellen-Shop dort anstellen, bezahlen, etc. Es ist derzeit in der Realität so, dass der durchschnittliche Tankkunde bei uns acht Minuten braucht für den Tankvorgang komplett. Und damit käme ich dann auf 6.000 km pro Stunde. und dann ist es so, dass unsere Ladesäulen bis zu 350 kW Ladegeschwindigkeit bieten, beziehungsweise die Alpitronics bis zu 300. Die Autos können das heute noch nicht, aber wir sprechen auch mit den Autobauern und wissen, dass die Autos in der Zukunft das schon eher können werden. und wenn ich dann mit 350 kW Lade, kann ich in zehn Minuten also rund 300 km Reichweite nachladen oder 1800 km in der Stunde. Also es ist so ein bisschen mehr als Verhältnis 1 zu 3. So sehe ich die Zahlen grundsätzlich hast du insofern recht, als dass man dann mehr Ladepunkte braucht als Zapfpistolen derzeit. Und auch wenn ich die Zahlen anders sehe, aber von grundsätzlichen Aussage stimme ich dazu. Aber es ist ja auch so, dass Autos nicht nur an Tankstellen laden, sondern sie laden auch zu Hause, sie laden auf Arbeit und auch wenn ich von Hamburg nach München über Land fahre, mal vielleicht irgendwo eine Mittagspause und gehe zum Burger King. Wir betreiben Ultraschnellladesäulen am Burger Kings unter unserer Marke Aral Pulse. Und man kann am Burger King laden, wenn man da 20 Minuten, halbe Stunde sitzt, hat man das Auto auch wieder geladen. Oder andere gehen in ein Restaurant, kein Schnellrestaurant, sondern ein klassisches Restaurant, sitzen da sogar eine ganze Stunde. Oftmals hat das eine Ladesäule vor dem Restaurant stehen. Lange Rede, kurzer Sinn, ja, man braucht mehr Ladepunkte, aber es ist nicht ganz so dramatisch, wie es bei dir geklungen hatte und es wird auch mehr Ladepunkte geben, weil man sich auch woanders hinsetzen kann, nicht nur an Tankstellen. Also letzten Endes geht es um die Verweilzeit des Kunden, dass der ja nicht nur auf das Tanken beschränkt ist, sondern dann auch noch Nebentätigkeiten macht. Ob es jetzt einkaufen ist, ob es der Toilettengang ist oder ob es vielleicht sogar Essen oder eine kleine Verschnaufpause vom Sitzen ist, also ein bisschen Bewegung und Laufen und so weiter. Und dann muss vielleicht der Ladepunkt ja auch gar nicht so schnell sein, dass er, ich sage mal, mit 6000 Kilometer pro Stunde ins Auto reinpresst, sondern da reichen die 1000, vielleicht bis 1500 Kilometer pro Stunde aus. 350 Kilowatt. Ja, das denke ich auch und für uns ist das eine bedeutende Erkenntnis, insofern als das uns auch klar ist, wir möchten uns nicht darauf beschränken, unsere Tankstellen mit Ladepunkten auszustatten. Wir werden alle Tankstellen mit Ladepunkten ausstatten, an denen das technisch und kommerziell sinnvoll und machbar ist. Das heißt, de facto werden es fast alle werden. Aber wir werden da nicht aufhören, sondern wir betreiben jetzt schon ultraschnell Ladepunkte unter der Marke Aralpals an Burger King Restaurants, an zwei River Supermärkten und wir werden das sogenannte Destination Charging deutlich ausbauen. Und es wird am Ende bei uns mehr Ladestationen als bisher Tankstellen geben und es wird in der Branche mehr Ladestationen als bisher Tankstellen geben. Auf jeden Fall. Ja, und du hattest gerade gesagt, dass es für euch ja auch finanziell machbar sein muss. Wenn ich richtig informiert bin, ist ja ein großer Teil des Tankstellengeschäfts eigentlich das Kioskgeschäft und da sind ja sicherlich, habt ihr ja sicherlich auch schon drüber nachgedacht, da sind ja große Möglichkeiten drin, weil wenn ich jetzt eben nicht acht Minuten tanke, sondern vielleicht 20 Minuten lade, habe ich natürlich da auch viel mehr Möglichkeiten, vielleicht nur einen Kaffee und noch was anderes zu mir zu nehmen und so, das wird doch sicherlich auch die gesamte Tankstelleninfrastruktur infrage stellen, also im Sinne von das wird neu zu überdenken sein und da gibt es auch sicherlich Möglichkeiten, ihr wollt die Leute ja dann auch dort binden, denke ich. Habt ihr da Gedanken zu? Also wir sehen, dass sich die Tankstelle sehr weiterentwickeln wird und wir pilotieren diese Weiterentwicklung bereits und zwar in Berlin in der Holzmarktstraße im Bezirk Mitte betreiben wir gemeinsam mit unserem Partner der BVG ein Mobilitätshub, wo man umsteigen kann von einem Verkehrsmittel auf das andere, das heißt zum Beispiel von der S-Bahn kommend umsteigen kann in ein Elektro-Taxi, was einen die letzten anderthalb Kilometer zur Arbeit fährt, wenn es gerade regnet und man die Strecke nicht zu Fuß gehen will, was bei uns an unseren Ladepunkten geladen hat oder aber umsteigen kann auf ein Elektro-Vespa, nenne ich diese Form des Elektrorollers mal und dafür haben wir einen Batterie Wechselautomaten in der Tankstelle stehen, wo man auch E-Bikes mieten kann etc. Und wir denken, dass die Tankstelle sich generell insbesondere in entsprechenden Lagen weiterentwickeln wird so am Mobilitätsknotenpunkt, an dem natürlich auch das Convenience-Angebot, also der Tankstellen-Shop eine große Rolle spielen wird. Wir sehen einen steigenden Bedarf an Convenience-Produkten und werden dieses Angebot weiter ausbauen. Ich würde gerne ganz konkret mal jetzt auf das Produkt zu sprechen kommen, also AralPulse, du hast das jetzt ein paar Mal schon gesagt, das ist worum es sich dreht, das Ganze treibt irgendwie den Wandel und das ist auch in vielerlei Hinsicht wichtig und ich oder ich glaube wir alle finden es insofern interessant, als ihr mit Palzen ein paar Sachen richtig und gut macht und vielleicht sogar besser als andere. Offensichtlich habt ihr auch einen gewissen Anspruch daran, was so ein Ladepunkt zu bieten hat, von der Leistung über die Verfügbarkeit und die Bezahlmöglichkeiten und so weiter. Was ist das, was für euch wichtig ist? Also wir haben bevor wir in den deutschen Markt für Elektroautoleitung gegangen sind, eine Elektroautofahrer Befragung durchgeführt in verschiedenen deutschen Städten und haben sie gefragt, was ihnen wichtig ist und daran richten wir unser Angebot aus und da kamen zum einen solche Punkte wie Zuverlässigkeit und wir haben bei unseren Ladesäulen ein Uptime von um die 99%. Ganz am Anfang dieses Jahres hat der Blogger Blauzahn uns zum zuverlässigsten ultraschnellen Netzwerk Deutschlands gekürt, was uns sehr gefreut hat. Dann haben die Kunden gesagt, dass ihnen eine hohe Ladegeschwindigkeit wichtig ist, insbesondere wenn sie eben nicht am Kinoladen, wo sie ohnehin zwei Stunden stehen während der Film läuft, sondern wenn sie von Hamburg nach München über Land fahren, vielleicht eine Kleinigkeit essen wollen, Bockwurst aus dem Tankstellen Shop, aber dann doch auch schnell wieder weiterfahren wollen. Also bauen wir ausschließlich ultraschnelle Lade 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 Langsamere hatten wir früher mal im Pilot Versuchen, bauen wir aber gar nicht weiter aus. Wir glauben daran, dass ultraschnellladen die Zukunft der Elektromobilität ist und dass ultraschnellladen auch der Elektromobilität den Durchbruch bringen wird. Denn nur wenn man annähernd schnell laden können, wie bisher tanken, werden die Menschen in großer Zahl umsteigen und dann haben uns die Elektroautofahrer und Fahrerinnen die wir befragt haben gesagt, dass sie es hassen nach Einbruch der Dunkelheit irgendwo Mutterseelen allein vielleicht auf einem Parkplatz am Rande eines Gewerbegebiets zu stehen. Dort gibt es keinen anderen Menschen, man fühlt sich vielleicht unsicher. Dort gibt es keine Toilette und dort gibt es keine Möglichkeit sich mal ein Brötchen und Kaffee zu kaufen. Und wir setzen von da Ladesäulen sehr gerne an unsere Tankstellen oder an andere bemannte und gut beleuchtete Orte zum Beispiel eben Burger King Restaurants wir setzen Trainer ein die auf den Tankstellen die Mitarbeiter am Tankstellen Shop trainieren damit sie auch in der Lage sind zumindest einfache Fragen zur Funktionalität der Ladesäule zu beantworten denn die Kunden haben uns gesagt dass sie ungern an unbemannten Ladestationen laden wo man zwar dann die Möglichkeit hat eine Hotline anzurufen und wer weiß wie lange in der Warteschleife hängt sie gehen viel lieber ein paar Schritte in Tankstellen Shop und fragen einen richtigen Menschen von Angesicht zu Angesicht und wir sind überzeugt mit diesem Angebot saubere gut beleuchtete bemannte Stationen mit einem Tankstellen Shop mit einer Toilette wirklich auch den Geschmack der Kunden getroffen zu haben und dadurch wächst auch die Auslastung unserer Ladepunkte schneller als der Elektrofahrzeug Bestand wächst Was du gerade beschreibst das kann ich aus eigener Erfahrung auch total bestätigen also das ist von Anfang an direkt ein ein einheitliches Bild gewesen genau wie du es beschrieben hast ich würde einen Detail gerne noch hinzunennen und zwar findet sich bei Arab Pils bei euch an euren Stationen ein echtes und ich nenne es gerne userfreundliches ad hoc also man kann eine Kreditkarte oder eine EC Karte Girocard an ein NFC Feld ran tappen oder sein Google Pay Apple Pay und so weiter und sieht dann sofort auf dem Display was das kostet also ihr macht das nicht über einen QR Code wobei das auch ginge warum macht ihr das weil das machen ja nicht viele in der Industrie für uns ist das einfach auch ein wichtiger Punkt um die Kundenzufriedenheit zu steigern und 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 wissen dass nicht jeder sich registrieren will in einer App und von daher bieten wir viele Möglichkeiten an direkt an der Ladesäule total unkompliziert zu zahlen es sind die Möglichkeiten die du da eben aufgezählt hast und dass der Gesetzgeber die Zahlung an der Ladesäule per Karte ab dem nächsten Jahr für ab dann neu errichtete Ladesäulen verpflichtend gemacht hat ist sicherlich völlig richtig aus Kundensicht ich finde es fast schon schade weil uns dann ein Merkmal der Alleinstellung oder fast Alleinstellung weggenommen wird wenn aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung irgendwann jeder das direkt an der Ladesäule anbietet wir haben es wirklich aus eigener Motivation heraus gemacht weil es gut ist für den Kunden was ja auch gut ist für den Kunden ist roaming da würde ich auch gerne fragen ist euer Netz für roaming geöffnet unser Netz ist für roaming geöffnet wir akzeptieren zum Beispiel über die Plattform Hubject eigentlich alle gängigen EMSPs in Deutschland wir selber wollen auch EMSP werden hier muss ich zugeben wir sind auch nur Menschen und manchmal etwas langsamer als wir selbst vorhatten wir wollten unsere Lade App schon längst im Markt haben auf der man sich wenn man das möchte registrieren kann und dann eben auch Outbound Roaming machen kann und bei anderen CPOs laden kann leider hat sich das verzögert aber wir sind optimistisch im Herbst dann endlich in den Markt zu bringen und dann werden wir auch EMSP spielen ich glaube wir werden im tiefsten innern unseres Herzens immer CPO bleiben aber irgendwie gehört zu einem kompletten Angebot auch dazu EMSP zu sein und unseren Kunden zu ermöglichen woanders zu laden im Bereich der Flotten geht das im Übrigen schon mit unserer Fuel and Charge Card die wird an ungefähr 99% aller Ladepunkte Europas akzeptiert der Fuchs freut sich ich würde gerne kurz nochmal einen Bogen zurückschlagen zum Thema Kreditkarte weil da gibt es eine Marotte in Deutschland beziehungsweise eine Besonderheit es gibt die sogenannte Baupflicht weswegen durchaus einige Player in der Industrie sagen das sei gar nicht machbar wie lösten ihr das und als Anhang Frage direkt seht ihr auch signifikante Nutzungsquoten per Kreditkarte und NFC also wie lösen wir es wir bieten dem Kunden bisher zwei Möglichkeiten die eine ist den Bon anzufordern indem er kurz auf unsere Webpage geht und dort ein zwei Daten zum Ladevorgang eintippt darüber wird er identifiziert und bekommt den Bon die andere Möglichkeit ist er kann ihn auch sofort ad hoc vom Bildschirm abfotografieren das habe ich für meine eigene Reisekostenabrechnung schon mal gemacht und hat wunderbar geklappt und unsere Reisekostenabrechner so kritisch sehe aus gutem Grund auch sonst immer sind haben das problemlos akzeptiert das ist natürlich noch viel bequemer das mit dem Handy eben abzufotografieren als sich hinterher auf einer Webpage einloggen zu müssen sobald wir dann unsere B2C App haben so dass sich der Privatmann auch registrieren kann bekommt er es automatisch per E-Mail zugeschickt wenn er über die App zahlt und sorry die die Anhangfrage wegen der Nutzungsquote von Kreditkarte NFC ist das schon signifikant oder nutzt das überhaupt irgendjemand weil alle ja mit EMSP also mit ihren Ladekarten unterwegs sind und dort vielleicht besser also wir nehmen einen etwas günstigeren Preis vom Privatkunden der bei uns zahlt mit einer Kreditkarte als wir vom EMSP nehmen was der EMSP diesen Privatkunden berechnet wissen wir natürlich nicht das liegt der EMSP selber fest auf jeden Fall ist es nicht nur vollkommen diskriminierungsfrei sondern sogar etwas günstiger wenn man bei uns mit der Karte direkt zahlt und wie viel Nutzung sehen wir da Karte ist am Wachsen es wird jeden Monat mehr derzeit liegt es noch relativ niedrig zwischen 5 und 10 Prozent aller Transaktionen das ist deutlich mehr als ich gedacht hätte ja ja weil es wächst auch weiter was auch weiter wächst ist das Ladenetz an sich und zwar signifikant und Julien schaut sich das immer an so Grafiken irgendwie so die Top 6 Schnellladeparkbetreiber Deutschlands oder sowas das findet er richtig gut keine Ahnung Julien vielleicht erzählst du gerne selber sowas landet bei uns in Signalgruppen haben wir auch jetzt hier in den Notizen für diese Sendung das Aral-Ladenetz ist signifikant ja und man kann ja Phil du hast ja in der Einleitung gesagt das ist ja der zweite Anlauf hier ich sag mal in deine Richtung Alexander für euch zum Glück weil in der Zwischenzeit seid ihr auf Top 1 gelandet in dieser Ansicht hätten wir das erste Gespräch gemacht werdet ihr noch Top 2 gewesen ja und zwar als wir das erste Mal so eine Grafik hatten als wir die hier rausgesucht haben das war im 05 2021 da wart ihr noch ganz ganz am Anfang mit knapp unter 30 Ladeparks und jetzt zum Juli 2022 seid ihr bei über 130 und ihr habt knapp 15 oder 20 kann es nicht ganz genau lesen weitere im Bau das und da seid damit jetzt auf Top 1 wie wächst man so schnell oder warum wachsen die anderen so langsam also wir wachsen sehr schnell weil wir zum einen die Möglichkeit haben über unsere Tankstellen relativ schnell an Grundstücke zu kommen die richtig gut liegen nämlich dort liegen wo Autos fahren und wir gehen davon aus dass Elektroautos auf denselben Routen fahren werden wie in der Vergangenheit Verbrenner und zum anderen wachsen wir auch so schnell weil wir es wollen weil wir es sehr ernst nehmen weil wir nicht nur vom raschen Aufbau einer Ladeinfrastruktur in Deutschland sprechen sondern weil wir genau das vorantreiben wollen und wir fokussieren uns auf das ultraschnelle Laden weil wir da die Zukunft sehen es gibt CPOs die haben mehr Ladepunkte als wir aber das sind dann langsamere im ultraschnellen Bereich da sind wir zumindest gemessen an der Anzahl der Stationen laut Schnellladepark.app und ich habe da auch die Veröffentlichung gerade am Samstag gesehen nun die Nummer 1 in Deutschland und wir werden da aber nicht stehen bleiben wir werden unser Netz weiter ausbauen es ist für uns einfach ein Teil der Zukunft des Konzerns aber auch ein Teil der Zukunft der deutschen Gesellschaft und der Welt wir müssen den Verkehr dekarbonisieren es gibt da verschiedene Wege zum Ziel vielleicht im Bereich des Langstreckenschwerlastverkehrs neben Batterie, Elektrik auch Wasserstoff und Brennstoffzelle aber egal welchen Weg zum Ziel man wählt das Ziel muss klar sein den Verkehr zu dekarbonisieren und darauf arbeiten wir hin mit voller Kraft da würde mich ganz kurz einen Blick ins umgebende Ausland interessieren da bist du ja auch für zuständig wie steht da Deutschland im Vergleich zum Beispiel zu Holland die ja sehr viel weiter sind was Elektromobilität angeht wie steht ihr da also wie macht ihr das und wie siehst du die Länder im Vergleich sind die Hürden da höher oder niedriger und geht es gleich schnell voran nivelliert sich das bald also Holland hat eine höhere Elektroautodichte als Deutschland nach meinem Kenntnisstand die zweithöchste in Europa nach Norwegen und dementsprechend hat der Aufbau der Ladeinfrastruktur dort auch schon früher begonnen und es gibt mehr Ladepunkte dort die allermeisten sind dort aber langsame Ladepunkte wohingegen wir auch in den Niederlanden zu 100% ultraschnelle Ladepunkte errichten wir glauben daran dass der niederländische Markt in dieselbe Richtung gehen wird und dass trotz der größeren Durchdrehung mit Elektroautos auch dort langfristig gelten wird dass die Menschen nur dann in großer Zahl umsteigen wenn sie eben nicht schnell laden können wie bisher tanken und dazu wollen wir auch dort unseren Beitrag leisten so von da können wir dann auch Hürden relativ gut vergleichen ultraschnelle Ladesäulen mit Trafo Mittelsprangensnetzanschluss in Niederlanden gehen ungefähr genauso schwierig oder einfach zu errichten wie in Deutschland und aus Deutschland kann ich da ein paar Anekdoten beisteuern die Politik hat ja die Errichtung von Ladesäulen baugenehmigungsfrei gemacht damit es schneller gehen kann das ist gut gemeint und als das gemacht wurde hatte man ultraschnellladen noch nicht auf dem Radarschirm das heißt der dafür benötigte Trafo ist nicht baugenehmigungsfrei damit wird de facto die Baugenehmigungsfreiheit wieder ausgehebelt und man braucht für die Ladestation doch eine Baugenehmigung weil man sie für den Trafo braucht und da haben wir Behörden erlebt die sind sehr kooperativ und bestrebt die Elektromobilität zu fördern und wir haben auch Behörden erlebt bei denen das scheinbar nicht der Fall ist und da dauert es dann lange bis die Baugenehmigung vorliegt und manchmal bekommt man dann Bauauflagen wie auf einer Tankstelle Fahrradstellplätze zu errichten oder weitere Pflanzen anzupflanzen wir haben neulich gerade bei einer Baugenehmigung die Bauauflage bekommen 37 in der Bauauflage genau spezifizierte verschiedene Pflanzentypen anzupflanzen auf der Tankstelle wir haben auch schon mal ein Lärmschutzgutachten einreichen müssen bei einer Ladestation die liegt direkt an der Autobahn A9 sechsspurig, viel befahren die Strecke Berlin-München und auf der anderen Seite ist der Wald und erst zwei Kilometer hinter dem Wald kommt die nächste Wohnbebauung und dort mussten wir ein Lärmschutzgutachten beibringen denn Ladesäulen und Trafos können ja mal summen oder brummen uns war völlig klar dass bei diesem Gutachten herauskommen wird dass verglichen mit dem Lärm einer sechsspurigen Autobahn jegliche Lärm ist Emissionen von Ladesäulen und Trafos vernachlässigbar klein sein wird und insbesondere nicht mehr auf der anderen Seite des Waldes in zwei Kilometern Entfernung bei der nächsten Wohnbebauung zu hören sein wird sinngemäß dasselbe stand dann auch im Bericht des Gutachters aber das hat erstmal drei Monate gedauert bis wir einen Gutachter gefunden hatten der den Bericht geschrieben hatte wir den Bericht eingereicht hatten und schon hat sich der Aufbau des Ladenetzwerks wieder um drei Monate verzögert an dieser Stelle aber das war international vergleichbar also solche Schoten passieren euch auch in den anderen Ländern ja also das ist sicherlich überall in der EU ähnlich entweder weil es aus EU-Direktiven erwächst oder es erwächst aus den Gesetzen des jeweiligen Landes aber ich denke mal die Länder in der EU sind da alle von ihrer Denkungsart her ähnlich und solche Schoten gibt es zuhauf und da würde man aber sagen können dass jetzt langsam alle Länder on track sind dass die Elektromobilität jetzt wirklich angegangen wird sind das jetzt gerade noch die Geburtswehen oder siehst du da noch große Hürden? also das sind die Geburtswehen und die Länder gehen das jetzt alle an sie haben unterschiedliche Startpunkte sozusagen also die Niederlande sind in der EU ganz weit vorne Deutschland ist auch recht gut mit dabei in Polen zum Beispiel steckt die Elektromobilität noch in den Kinderschuhen und dort beobachten wir aber auch dass es losgeht und dass die Regierung und lokale Bezirksregierungen jetzt auch anfangen die Elektromobilität wirklich aktiv zu fördern und wir sehen eben tatsächlich in der gesamten EU und in Großbritannien und Norwegen die Reise ganz klar in dieselbe Richtung gehen aber wie gesagt mit unterschiedlichen Ausgangspositionen Apropos Reise ich muss leider kurz mich an dieser Stelle verabschieden weil mir gerade die Zeit wegläuft leider aber das Gespräch läuft bei euch natürlich noch weiter deswegen danke Alex ciao Jungs ich muss leider raus an dieser Stelle ciao Julia schönen Dank tschüss Julia ciao wir machen natürlich weiter ein paar Sachen haben wir noch wenn du noch ein Viertelstündchen hast oder so Alexander würden wir da noch eben durchfräsen und die Sachen hier fertig diskutieren und du hast es vorhin gesagt das habe ich nicht vergessen das Thema Kooperation mit VW und so weiter und so fort das interessiert wahrscheinlich viele die das eben so mit einem Ohr auch mitbekommen haben wie kam denn das eigentlich zustande ja der Ausgangspunkt ist ganz einfach VW möchte gerne dasselbe wie wir aber aus einer anderen Position kommt sie möchten gerne die Verbreitung von Elektroautos fördern und sie haben Reichweitenangst identifiziert als ein potenzielles Hemmnis und sind von daher sehr daran interessiert für ihre Autokäufer für ihre Kunden die theoretisch denkbare Reichweitenangst zu lösen und wollen gerne eine große Zahl ultraschneller Ladestationen in Europa auf der Straße beziehungsweise neben der Straße sehen wir wollen ebenfalls die Verbreitung der Elektroautos fördern wir wollen ein führender CPO werden in den meisten Ländern Westeuropas und wir wollen ein ultraschnelles Ladenetzwerk aufbauen es lag also nichts näher als dass wir uns hier zusammentun und gemeinsam mit unserem Partner Volkswagen ein solches Ladenetzwerk errichten was dann allerdings zugänglich sein wird für Fahrer von Autos aller Marken nicht nur von den VW-Konzernmarken andere Sache das wollte ich nur kurz noch gerne geklärt haben weil mir das im Hinterkopf geblieben ist andere Sache, die natürlich super interessant ist für uns E-MobilistInnen wie auch für euch ich sag mal jetzt noch Mineralölkonzerne ist das Thema THG-Quote Treibhausgasminderungsgesetz irgendwie so in der Art ich vergesse es immer und kriege es dann, wenn ich sagen muss, nie richtig hin THG ist allen hier ein Begriff wir haben darüber schon häufig gesprochen haben auch Gäste schon gehabt von Geld für E-Auto da gibt es ja viele Plattformen die mittlerweile von ElektroautofahrerInnen und Fahrern die THG-Quote letzten Endes einsammeln und dann quasi mit Leuten wie euch zusammen ins Geschäft kommen wie funktioniert es für euch? hat das irgendeinen Impact oder einen wichtigen Hebel auf dem Weg, den ihr gerade geht? Also die THG-Quote stellt für uns als CPO natürlich erstmal einen gewissen Wert dar denn die Quote, die wir generieren indem wir Elektroautos laden hat einen Wert man kann sie im Markt verkaufen oder wir können sie intern an einen anderen Konzernteil verkaufen der solche Quote ansonsten im Markt zukaufen müsste und das hat es uns ermöglicht dass wir auch ganz offen sagen den Pay-as-you-go-Preis bei 69 Cent pro Kilowattstunde zu halten wo er schon seit ungefähr einem Jahr steht obwohl im vergangenen halben bis dreiviertel Jahr der Strompreis schier durch die Decke gegangen ist aber wir wussten dass die THG-Quote kommt und sie kam zum 1. Januar das bringt einen gewissen finanziellen Benefit also konnten wir die Preise für die Fahrerinnen und Fahrer unverändert lassen und insofern hilft das sehr weiter dabei ein Ladenetz aufzubauen die Investitionen zu stemmen und trotzdem die Preise im Rahmen zu halten und nicht parallel mit dem verrückt gewordenen Entschuldigung, wenn ich das so sage Strompreis auf dem internationalen Markt zu erhöhen Kurze Frage nur nochmal im Detail Gibt es für Schnellladesäulen eine höhere THG-Quote also eine THG-Quotenvergütung als für Langsamladesäulen also besteht da vielleicht auch der Zusammenhang dass ihr zusätzlich ja auch auf diese Schnelllader setzt oder ist es unabhängig von der Ladesäule? Das ist unabhängig von der Ladesäule man bekommt die THG-Quote pro Kilowattstunde die man verkauft hat als CPO unabhängig davon wie lange das Auto brauchte um diese Kilowattstunde zu laden Gut, dann macht es natürlich Sinn mehr Kilowattstunden an dem Hypercharger umzusetzen als jetzt an einem 22 kW AC-Lader weil du generierst ja damit mehr Kilowattstunden Ja und der Ultraschnelllader kostet auch entsprechend mehr Geld als einer für 22 kW andererseits kann man damit in derselben Zeit mehr Kilowattstunden verkaufen und so ist es dann auch wirtschaftlich darbestellbar eben in Ultraschnellladen zu investieren Da du ja beide Hüte aufgehabt hast oder kennst sowohl die alte Mineralölwelt als auch die Elektrowelt würde mich mal deine Perspektive interessieren zur THG-Quote generell Mein Gedanke dazu ist so jetzt von Bürgerseite sage ich mal so okay, der Staat führt ein Instrument ein um einen Hebel zu haben dass CO2 weniger emittiert wird und auf der anderen Seite ist die Industrie die wird ja sozusagen ich sag mal besteuert damit hier müsst ihr jetzt Geld bezahlen wenn ihr das macht was ihr früher ohne Geld zu bezahlen gemacht habt aber es ist planbar wir wollen in Richtung eines also einer Dekarbonisierung sie wird so und so sich steigern im Preis und ihr könnt euch über eine bestimmte Zeit Jahrzehnt überlegen wie ihr damit umgehen möchtet das ist so verstehe ich was der Staat sozusagen dem Mineralölkonzern und anderen Konzernen sagt und ihr habt ja ihr findet ja auch einen Weg in dem ihr dann sagt ja genau wir machen ein Businessmodell draus und fangen mal an Schnelllader aufzubauen würdest du sagen dieses Instrumentarium ist sinnvoll und im Sinne der Industrie? also es ist auf jeden Fall insofern gut als dass es im Gegensatz zu vielen anderen was wir von der Politik leben ein Ziel vorgibt und der Industrie den Weg zum Ziel überlässt und eben nicht auch noch den Weg kleinschrittig vorgibt und du hast es völlig richtig beschrieben Malik es werden dabei ganz klare Anreize gesetzt gewisse Geschäftsfelder zu reduzieren andere aufzubauen man kann sich dann selbst überlegen welche anderen man kann sich überlegen will man nur neue aufbauen und die alten nicht reduzieren oder will man nur alte reduzieren der Weg zum Ziel und auch gewählte Technologien ist dabei offen geblieben und das ist auch eine der Kernforderungen die wir als Unternehmen immer wieder der Politik gegenüber erheben Technologieoffenheit und auch wenn ich bei uns im Haus das Geschäft mit der Ladung von Batterieelektrischen Autos leite will ich auch ganz klar sagen bei der Dekarbonisierung des Straßenverkehrs sollten wir auch die wasserstoffbetriebene Brennstoffzelle nicht komplett vernachlässigen die wird vermutlich auch wenn es Batterieelektrische LKWs geben wird trotzdem auch ihre Berechtigung haben im Langstreckenschwerlastverkehr möglicherweise eines Tages auch im Bereich der PKWs und einseitig nur Batterieelektrik zu fördern wäre auch nicht richtig auch da ist Technologieoffenheit sinnvoll und natürlich ist legitim und muss auch so sein dass die Politik ein ich sag mal gesellschaftliches Ziel vorgibt aber die Technologie und den richtigen Weg zum Ziel sollte sie uns als Unternehmen überlassen wir denken dass wir das auf eine effiziente Art und Weise hinbekommen eben wenn es uns nicht kleinschrittlich vorgegeben wird von daher zurück zu deiner Frage THG-Quote ist ein Steuerungsinstrumentarium was den Weg zum Ziel offen lässt und insofern viel besser als viele andere Würdest du denn zustimmen dass in der PKW-Welt die Brennstoffzelle eigentlich keine Bedeutung haben wird und da wird es eher auf Batterie rauslaufen rein von der Effizienz her also ich sehe zumindest in den nächsten 10-20 Jahren in Europa bei den PKWs alles in Richtung Batterieelektrik gehen ich beobachte aber auch dass Japan und China da etwas anders denken und die dortigen Regierungen zweigleisig fahren wollen und beides sehr intensiv fördern Batterieelektrik und auch Brennstoffzelle im Bereich der PKWs und du hast einen gewissen wunden Punkt der Brennstoffzelle angesprochen das ist die Effizienz nichtsdestotrotz mag sie auch im PKW Bereich ihre Rolle zu spielen haben zukünftig vielleicht wenn die Effizienz gesteigert wird wer weiß was für Technologien in 10 Jahren zur Verfügung stehen aber momentan gehen wir im Bereich der PKWs ganz klar in Richtung Batterieelektrik wir als Unternehmen in Europa und auch die Regierung in Europa Kannst du sagen ist das in China oder in Asien einfach nur so ein Longshot wir bleiben mal in der Technologie drin mal sehen wie weit wir noch kommen oder gibt es da vielleicht andere Voraussetzungen warum sich das dort eher lohnen könnte in Japan ist es ein Teil eines Gesamtplans der Regierung die die gesamte Wirtschaft umstellen will auf eine wasserstoffbasierte Ökonomie und dabei ist der Verkehrssektor eins von mehreren Steinchen im Mosaik in China habe ich die Regierung noch nicht über eine wasserstoffbasierte Ökonomie sprechen gehört von daher ist meine Vermutung ohne es sicher zu wissen dass die chinesische Regierung einfach alle Technologien gleichermaßen vorantreiben will um hinterher zu gucken welche sich durchsetzt da hätte ich gerne angeknüpft weil wir also wir gehen gängigerweise davon aus eben aufgrund von Effizienz und auch den mit Batterien erreichbaren Reichweiten und so weiter wird es im Pkw-Bereich keine große Rolle spielen in Deutschland hingegen wenn es um Schwerlastverkehr zum Beispiel geht sieht das womöglich wieder anders aus weil man da andere Benefits potenziell hat aber womöglich wird eben auch Batterieelektrik oder Batterieelektrische Antrieb bei LKWs eine Rolle spielen ist das was was ihr bei Aral auch irgendwie auf dem Schirm habt wo ihr sagt wir machen nicht nur Ultraschnellladen sondern keine Ahnung Megawatt Charging für LKWs oder so was ist auch ein Thema an dem wir dran sind wir sind auch am Thema Truck Charging dran wir haben eine erste Truck Charging Station in Deutschland eröffnet in Schwegenheim und werden dort zusammen mit unserem Partner Daimler Trucks das Laden von LKWs intensiv erproben wir entwickeln selbst keine Ladesäulen in dem Bereich sondern gehen davon aus dass die Ladesäulen Hersteller Megawatt Charging in angemessener Frist anbieten werden zunächst einmal setzen wir dort Alpitronic Ladesäulen ein man kann sicherstellen zum Beispiel indem die nur einen Ladepunkt hat dass wirklich die vollen 300 kW zur Verfügung stehen und auf dem Wege Trucks relativ schnell geladen werden können bis Megawatt Charging dann von den Ladesäulen Herstellern angeboten wird und dann werden wir sicherlich auch diese Ladegeschwindigkeiten unseren Truck Kunden anbieten Wir waren vorhin bei diesen politischen Vorgaben dazu fällt mir auch die Ausschreibung zum Deutschlandnetz ein Ist das ein Thema was bei euch förderlich oder eher hinderlich wirkt also wir haben uns diese Ausschreibung mit großem Interesse angesehen haben dann aber aus verschiedenen Gründen für uns entschieden uns nicht beteiligen zu wollen und wir haben einen Hauptkritik Punkt und zwar dass dort eine Preisgrenze eingezogen wird unabhängig davon wie hoch oder niedrig die Preisgrenze ist ist es einfach so dass Preisgrenzen Preis Obergrenzen als solche die Gefahr bergen wettbewerbs verzerrend wirken zu können und wenn es erst einmal 1000 Ladestationen in Deutschland gibt mit einer Preis Obergrenze dann wird das möglicherweise einen Abstrahleffekt haben auf die Preissetzung an anderen Ultraschnell Ladestationen in Deutschland und in Erwartung dessen ist es auch nicht undenkbar dass CPOs sich zurückhalten mit Investitionen eben weil sie Sorge haben dass eine Preis Obergrenze wettbewerbs verzerrend wirken kann und ihre eigene Investition in Gefahr bringen kann dann hätte ich abschließend noch eine etwas persönlichere Frage wie oft führst du denn noch auf Partys so die Verbrenner und Elektro Diskussion ich glaube gar nicht mehr meine Freunde und Bekannten wissen dass ich im Geschäft mit der Elektromobilität bin ich habe da eine ganze Weile für Werbung gemacht auch im Bekanntenkreis habe davon geschwärmt wie viel Spaß es macht ein Elektroauto zu fahren die Beschleunigung ist phänomenal das relativ lautlose gleiten macht einfach viel Spaß und die allermeisten wurden angesteckt durch mich und haben es zumindest über den Mietwagen schon mal ausprobiert und andere haben vielleicht aufgegeben und haben resigniert und sprechen nicht mehr drüber dass sie noch ihren Diesel fahren also über das Stadium der Diskussion bin ich zumindest im Freundes und Bekanntenkreis längst hinweg denke ich sehr schön danke dir ja crazy da würde ich gerne noch abschließend anschließen denn auf den persönlichen menschlichen Aspekt wäre ich gerne eben jetzt zum Schluss auch nochmal kurz gekommen gar nicht um groß drüber zu diskutieren sondern einfach um das nochmal klar zu machen wir sprechen ja hier von BP ich weiß nicht ob ich wirklich die richtigen Zahlen habe du kannst mich gerne korrigieren BP als Konzern mit sowas wie 66.000 MitarbeiterInnen Aral sowas ungefähr ein Zehntel 6.000 7.000 sowas würde ich jetzt behaupten ist das was ich rausfinden konnte was ihr aktuell an Leuten beschäftigt ich finde das massiv was ihr macht und ich finde es aber gleichermaßen wichtig und richtig und deswegen bist du ja auch hier nicht weil wir uns gerne zuschweifen lassen sondern weil wir daran glauben dass das was ihr tut halt einfach kein Quatsch ist und wenn man schaut was ihr investiert und was ihr noch vor euch habt das kann gar kein Schert sein oder nicht ernst gemeint sein denn das wäre einfach Harakiri das kann man eigentlich gar nicht machen außer man will es deswegen bin ich mir auch sicher dass ihr das tun könnt wir haben das bei den bei den euren Mitbewerbern von Shell damals auch gesagt und gesehen und auch gespürt das ist real was hier passiert und es wird getrieben von Leuten wie dir und wir schätzen das sehr dass da diese Leute sind und diese Überzeugungsarbeit leisten an einer Stelle wo es einfach essentiell ist und wirklich wichtig ist und weitreichend ist das sind keine Kleinigkeiten hier geht es auch nicht um kleine Beträge und der ich habe leider vergessen wie er hieß der Shell-Mensch der hat halt auch gesagt wir brauchen eben zweierlei auf der einen Seite die kleinen Startups die wendig sind die coole Ideen haben die schnell mal eben Sachen machen die da vorher nicht gewesen sind auf der anderen Seite die Kolosse wie uns oder eben auch wie euch bei Aral und bei BP die den langen Atem haben und die Muskeln haben finanziell gesehen das auch zu stemmen denn das Ladenetz das ihr jetzt habt und betreibt was du ja gesagt hast auch stark weiter wachsen werden wachsen soll das könntet ihr nicht tun wenn ihr das Geld nicht vorher irgendwo verdient hättet ja das ist das ist dieses Ölgeld und Leute rümpfen die Nase und sagen ja das ist doch nicht cool aber es muss irgendwo herkommen und dass es in den richtigen Dingen investiert wird ist glaube ich das was zählt und deswegen bin ich sehr froh dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch mit uns hier am späten Abend trotz aller Umstände und auch eines zweiten Versuchs weil der erste nicht geklappt hat also wir schätzen das sehr und sagen ganz herzlich Dankeschön dass du bei uns gewesen bist sehr gerne schönen Abend noch vielen Dank hat Spaß gemacht ja tschüss wiedersehen tschüss tschau schön Untertitelung des ZDF, 2020